Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich bin noch ein wenig verschlafen, gerade am Aufstehen, trinke gerade meinen ersten Kaffee, aber ich nehme euch heute mit, wir fahren zusammen zu Yannick, a.k.a. Kassel. Fahren wir einfach los, oder? So, wir sind angekommen in den heiligen Hallen von El Caslerino und da werden sogar schon hier gerade die Pfeifen vorbereitet. Ja, ich mache gerade die Pfeifen fertig. Marvin hat sich heute die Fibonacci ausgesucht. Sehr wild, auch auf einer wirklich geilen Bowl. Sehr, sehr nice aus. Die wird auf jeden Fall jetzt fertig gemacht. Ich hoffe, der Wasserstand stimmt jetzt. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Hier noch Streaming-Seller beim Start. Jetzt seht ihr ein komplettes Behind-the-Scenes. Und ich habe eben schon das hier entdeckt und ich glaube, da werde ich mich auch vielleicht gleich dran vergreifen. Also hier ist schon mal die Darkside-Wall. Dann ist da ein bisschen Tangious und hier hinter geht es auch noch ein bisschen weiter. Oh, wild. Also da ist noch alles Mögliche. Noch ein kleines Darkside-Lager. Auch alles schön umgepackt. Schön mit Label. Schön in der Mitte. Ja, sowas auch. Sehr, sehr ordentlich. Und ich glaube, was wir auch nochmal machen, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich dir da auch schon zu viel weg. Eine kleine Tour von den ganzen Pfeifen. Eine Kane, eine Magnum, eine ATH, eine First Hooker, die Sphere, die Naib. Dann haben wir die Medusa, die neue Megatron, die Hanso, eine Hoop, noch eine Noob. Ne, oben war ja die First Hooker. Da ist die Noob. Noch eine ATH-Traddy. Klar, man braucht eine für Apfel, eine für Draube oder warum zwei? Beide für alles. Beide für alles. Aber ihr wisst Bescheid, man braucht zwei ATH-Traddys. Dann haben wir hier noch ein paar schöne Köpfchen. Oh, die SOMO-Köpfe noch schön ungeraucht hier in der Kombination. Oh, eine Most One hast du auch noch am Start. Geil. Oh, Mason, der Irmin, ne? Ja, Irmin. Arena-Köpfe noch am Start. Arena war, wo war denn der Arena? Irgendwo habe ich den Arena gesehen. Ne, es war der Traverten da drüben. Dann haben wir hier noch den Amphora. Ach doch, der Arena-Köpfe. Ah, genau, da habe ich den Arena gesehen. Und hier drüben geht es noch ein bisschen weiter. Fancy kleine Bowls am Start. Die Noir. Dann eine große Kaif, eine Dash. Oh, die da hinten in der Mitte weiß, ist das die Aladdin Rocket, oder? Genau. Ja, Aladdin Rocket. Eine ATH Chaneva. Hier unser wunderschönes Weihnachtsgeschenk von Stimu. Ja. Haben wir tatsächlich im Discord zusammen ausgepackt. Genau. Oh, eine beschriftete ATH da hinten noch. Eine weiße Dash, eine Magnum, eine Chikawa, eine Mataleon. Und hier nochmal ein paar Bowls. Und dann haben wir oben drüber noch mehr Pfeifen. Smokelabs, Smokelabs, Mataleon. Ja. Und was steht da hinten noch? Mataleon. Noch eine Mataleon. Die kenne ich gar nicht. Was ist das denn hier für eine Pfeife? Ich weiß auch nicht genau, welches es ist. Hm. Irgendwas. So eine Brezel 1 oder so. Brezel? Ja. Brezel Part 1. Wild. Habe ich ja noch nie geraucht, diese Brezels. Ne, sollen ganz gut sein. Sollen ganz gut sein? Ja. Teste ich vielleicht einfach mal. Dann haben wir zwei KFS und noch die MVP 360. Die muss, glaube ich, auch überall am Start sein. So, hier unten geht es noch weiter. Was haben wir hier? Eine Alpha. Ja, die wird vielleicht noch aussortiert. Echt? Denn, ja, wir haben hier drüben quasi, also keine Alpha. Aber hier. Die Vortex. Achte nicht auf die Köpfe. Die wurden gestern noch geraucht. Okay, wir ignorieren die Köpfe. Das ist die Vortex. Und der Blow-Off ist auch sehr nice. Kann ich dir vielleicht nachher auch mal zeigen. Geht auch aus den Schlitzen in der Rauchseule, oder? Genau. So, dann sieht man die. Warte, ich muss einmal andersrum filmen. Dann sieht man die Schlitze aus. So sieht man die Schlitze. Mit dem Licht ist immer besser. Ja, und da ich hier die weiße Alpha habe und die dunkle Alpha, habe ich mir überlegt. Also, die hier werde ich mir jetzt schnappen fürs Köpfchen. Mhm. Du? Ne, die machst du sauber. Die hast du gestern. Ja, ich weiß noch nicht. Wir gucken mal. Vielleicht möchtest du ja noch eine Five probieren, dann mache ich die Alpha an. Hier ist schon wieder so eine Brezel, oder was? Ja. Du magst diese Brezels auch ganz gerne, oder? Ja, die sind echt nice. Okay. Werde ich mal testen. Eine schöne McCloud. Wie heißt die mit den Bären? Boah, da fragst du mich was. McCloud Zero. Ich weiß leider nicht. Ich weiß nur, der Wolf heißt Garsig. Das weiß ich. Mehr weiß nicht. Eine Capsule, noch eine KI, die VZ-Custom und darf natürlich auch nicht fehlen, da hinten noch die Ion Edition 4 mit der Prestige-Boom, mit dem Steckbull-Adapter, mit dem Frozen-Invert-Sleeve und welches Perch? Das ist das V2. V2-Perch. Ne, ich glaube nicht. Ich habe V2 und das ist anders. Okay, dann ist es irgendeine andere Version, aber die Kombination wirklich sehr wild. Ja. Schöne Grüße an Daniel. Der hasst die nämlich und braucht die nämlich immer um, wenn er bei mir ist. Echt? Tatsächlich, aber das ist meine Favorite-Kombo aktuell, wo ich es muss sagen. Die Frozen Edge hier. Das ist auch die Intenso, ne? Ja. Hier ist ein bisschen Schnee draufgefallen gestern, aber auch sehr wild. Ich muss sagen, ich fühle die nicht. Frozen Edge? Ja. Oh. Fühle ich irgendwie nicht so. Aber hinten haben wir noch eine Blizzard, eine Panda, eine Frozen Sky. Wie heißt die mit dem Blau-Weißen Verlauf? Ich weiß es nicht. Also sowas wie Sky, dann Frozen Lava, komplett schwarz. Und dann noch die Dark Edge Intenso und noch eine für die Mini. Wilde Sammlung, Kollege. Ja, Dankeschön. Dann Köpfle bauen? Köpfchen bauen und Abfahrt. So, es ist Zeit für ein Köpfchen und ich glaube, ich entscheide mich für diesen hier. Den guten Konfetti, den kennen wir ja von daheim. Dann nehmen wir auch direkt den, würde ich sagen. So, Tabak habe ich mir jetzt die drei hier ausgesucht. Die muss ich aber noch irgendwie kombinieren. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die kombinieren werde, aber, naja, besser. Der Element Great Mint riecht irgendwie nach einer Mischung aus Hasenfutter, grünem Tee und ein bisschen Traube. Ja. Ja, B&Papa und Tropical Gava. Aber jetzt weiß ich nicht. Also eigentlich wollte ich B&Papa und Tropical Gava machen. Jetzt kam noch der Element dazu und jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich es mischen soll. Was sagst du? Sehr gute Frage. Ich glaube, wenn wir so... Das ist schon eine folgende Mische, ne? Ich glaube, Tropical Gava und Traube nehme ich. Dann ist zwar kein Dark Blend mit drin, aber wir haben ja heute noch ein bisschen Zeit. Zehn Prozent davon. Zehn Prozent B&Papa noch mit rein. Ja gut, ich glaube, wir bauen einfach mal ein Köpfchen. So, und dann bauen wir auch einfach direkt mal ein Köpfchen. Wir fangen mal an mit dem Element. So sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall sehr geiler Schnitt. Was war das eigentlich für eine Line? Ist das Air oder Water? Also bei Element gibt es ja vier Lines. Air und Water sind ja beide Virginia und relativ easy. Und dann gibt es noch Fire und Earth. Fire ist das krasseste. Aber Fire hast du auch noch nicht geraucht, oder? Nee. Nee, ich auch noch nicht. Der Water ist, glaube ich, kein Virginia. Ach, echt? Ich kann ihn mal währenddessen gebaust. Ich kann ihn gerade holen. Aber ich glaube, das hier ist tatsächlich der Water. Ich dachte, die zwei wären Virginia und die anderen wären dann... Nee, das sieht dunkel aus. Okay, aber dann ist er auf jeden Fall weniger stark. Okay, also dann ist nur die erste Variante Virginia. Yes. Wild. That I did not know. Siehst du, da haben wir alle was gelernt. Ihr, ich, nur Janik wusste es. Der Schnitt ist tatsächlich super nice. Der ist mega geil. Vor allem ist es auch nicht klebrig. Trotzdem, was mache ich hier eigentlich? Da müssen ja noch andere Sachen rein. Warum mache ich denn so viel rein? Also ein bisschen wieder zurück. Aber ihr wisst ja, ne? Ihr müsst ja die Molasse einreiben in eure Köpfe, damit das gut schmeckt. Äh, was ist hier denn passiert? Das sieht ja aus wie Schokoladenbrocken. Ach ja, das ist noch frisch aus der OVP, nenne ich das. Ich habe nämlich den Tabak etwas überraucht. Und habe den seitdem nicht mehr konsumiert. Krass. Das BN Papa kann man also überrauchen. Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß, wie viele Sticker sind da drauf? Äh, eins, zwei, drei, ja. Ja, ich glaube ich habe drei VPs gefüllt, habe ich aus, dass sie weggeschüttet sind. So, von dem BN Papa werden wir auf jeden Fall nicht so viel reinmachen. Weil, ich glaube der wäre sonst relativ intensiv in der Mische. Also ich rühre dann mal hier fleißig um, ne? Da haben wir auch noch ein Mini-How-To-Unpacked-Darkside mit drin. Ja, ich will in der Zeit putzen. Yes. Janik muss Pfeifen putzen, ich darf Köpfchen bauen. So, einmal ordentlich umgerührt. Und dann kommt da noch, ja wir machen so zwei, drei Gäbelchen. Boah, da sieht man wieder, Darkside at its best. Also Schnitt, Schnitt ist da bei Elements doch ein kleines bisschen angenehmer. Boah, okay. Ja gut, das sind halt auch wirklich jetzt die Extrembeispiele, ne? Also so sollte das natürlich nicht die ganze Zeit sein. Aber Leute, wir wissen ja, ne? Zu grober Schnitt ist nie ein Problem. Wenn es euch wirklich zu grob mal ist, dann geht ihr einfach mit der Schere ran. Und, ja, dann passt das. So, und ich glaube den Rest mache ich mit Tropical Gava voll. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei von drei Sorten. Ich bin recht mal auf die Mischung gespannt, ne? Also russischer Traubeminze ist eh schon immer wild. Dann noch wieder ein Papa drin. Man kennt es. Banane, Traubeminze und Guave. Energy. Perfekt. Wenn mir das jemand sagen würde, würde ich sagen, ne? Ich glaube, das wird nichts. Aber hoffen wir, dass es was wird. Außerdem habe ich sehr Bock auf ein Köpfchen langsam. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt? Wir haben 15.10 Uhr. Leute, 15.10 Uhr ist das erste Köpfchen. Das ist ein hartes Leben. So, ich packe noch den Tropical Gava dazu. Und dann sehen wir auch schon wild, wie sich hier der Schnitt unterscheidet von den drei Sorten, die ich hier reingepackt habe. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo Janik irgendwie ein Handtuch hat oder irgendwas, um den Rand ein bisschen zu säubern. Aber, das wird er mir bestimmt gleich verraten, wenn er wieder am Start ist. Wir machen das hier noch ein bisschen schön, ne? Kein Tabak außen auf dem Rand liegen haben. So. Das ist alles schön rein hier. Gucken, dass das halbwegs ordentlich liegt. Ich baue alles so knapp unter den Rand, so auf ein gutes, gutes Noppenkontakt. Und jetzt würde ich eigentlich nur nochmal über den Rand rüber gehen. Ja, aber wir sehen uns dann gleich wieder beim Rauchen, würde ich sagen. Aber so sieht auf jeden Fall das Köpfchen aus. Stellt euch vor, ich hätte den Rand schon sauber gemacht, okay? So, und jetzt sogar nochmal mit dem sauber gemachten Rand. Und was mich auch übel triggert, ist dieses eine Platt Virginia hier auf der Darkside-Seite. Aber gut, ist da jetzt wohl hingefallen. Aber ja, so sieht mein Köpfchen jetzt aus. Das jetzt auf die gute Fibonacci hier, die übrigens sehr nice aussieht. Guckt euch mal hier diese Schlauchanschlüsse an. Beziehungsweise, das sind die zwei Perch-Systeme und das hier drüben. Das ist der Schlauchanschluss auf dieser sehr nice Bowl. Also, ich finde es wirklich wahnsinnig schön. Die Bowl, der Colorway, die Pfeife und natürlich auch das Köpfchen hier oben drauf. So, Köpfchen läuft. Sehr, sehr nice. Erster Kopf des Tages. Ah, fühlt sich gut an. Ich weiß gar nicht, ob ihr es seht, aber er darf doch schon ein bisschen. Ne, sieht man nicht so wirklich in der Story. Und der Janik hat sich die VZ-Costome angemacht mit dem Mango-Sling und dem, weiß ich nicht, stehen auf jeden Fall beide da drüben. Mango-Sling und? Mango-Sling und Sweet Peach. Sweet Peach. Und da wurden gerade noch schön die Pfeifen sauber gemacht. Schön brav. Aber jetzt sind wir gleich ready für das erste Köpfchen. So, Köpfchen Nummer 1 ist durch. Wir wollen aber gleich noch Köpfchen Nummer 2 rauchen. Das heißt, wir müssen uns hier was aussuchen. Gehen wir mal auf Köpfchensuche Part 2. Und wir müssen gleich Kohle legen. Und Janikol gerade pfeifen, dann machen wir noch Bilder für ein Gewinnspiel, das am Mittwoch kommt. Ich weiß aber nicht, ob das Video dann vorher schon kam oder ob das danach kommt. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall machen wir gleich Gewinnspielbilder. Wir brauchen aber zwei Köpfchen. Das heißt, wir suchen jetzt einen Kopf aus und dann Tabak. Und dann bauen wir. Ich würde sagen, einmal Oblarko rauchen ist... Oh, nichts kaputt machen wir. Einmal Oblarko rauchen ist, glaube ich, Ehrensache. Deswegen schnappen wir uns diesen wunderschönen, den Matschwarzen. Den kennen wir von daheim. Aber Janiks ist auf jeden Fall viel, viel dunkler. Also es sieht hier gerade nicht nur wegen dem Licht so aus. Der ist wirklich sehr dunkel unten. Ich würde sagen, wird sich der reinmassiert, oder? Dann müssen wir uns jetzt nur noch hier entscheiden. Ja, keine Ahnung. Ich gucke mal in Ruhe durch. Ich sage euch gleich Bescheid, was es dann geworden ist. Alright, ich glaube, ich habe mich entschieden. Es gibt French Puff mit dem Wild Forest. So, Köpfchen sind gebaut. Bei Janik gibt es natürlich den Staub. A.K.A. Admiral Ackbar. Und bei mir habt ihr ja schon gesehen, was es gibt. Aber so sieht mein Köpfchen aus. Wir haben jetzt übrigens 16.55 Uhr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gemütliche 30 bis 40 Minuten rauchen können. Und dann ist schon Stream Time. Yes, sir. We are ready. Ready? Die Zange von Alpha ist einfach nice. Übrigens Shisha Union SWG 10. Einfach mal deine Zange genutzt, um für mich Werbung zu machen. Gerne. Wild, oder? Gerne. Ne, ich will jetzt nicht mit einer Hand so. Normal hätte ich jetzt bei mir so den Kopf genommen, wäre so rüber gelaufen, hätte es drauf gefallen. Aber ich habe zu viel Angst. Wenn das runterfällt, der Boden hält einiges aus. Ja? Hast du schon getestet? Zu genüge oder was? Wenn es runterfällt, ich bin mit einer Zange am Start. Okay. Na gut, dann machen wir das wohl. Siehst du, ich schmeiße jetzt schon fast den Deckel weg. Ja, perfekt. Ich weiß. Wenn ich nichts kaputt mache, dann machst du es selbst, oder was? Also, guck, hat es sogar geklappt. Safety Net noch drauf. Perfekt. So, Köpfchen Nummer 2 ist am Laufen. Aber, ganz, ganz wichtige News. Wir machen gerade was, und das könnt ihr heute Abend um 18 Uhr gewinnen. Also, ich bin ja jetzt heute Montag da. Am Mittwoch kommt dieses Video, und am Mittwoch kommt auch dieses Gewinnspiel hier. Wir sind gerade am Pfeifenhaus. Das ist sehr gut verpackt, wa? Ja, das ist sehr gut verpackt. Also, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ne, da rutscht nichts raus. Also, die Base sitzt sehr, sehr gut im Karton. Und da kann man nichts sagen. Und zwar, diese Pfeife hier. Natürlich mit Bowel. Das ist die Honor Pfeife. Die kommt jetzt neu auf den Markt. Sehr, sehr nicer Teller, meiner Meinung nach. Sieht wild aus mit diesem Wabenmuster. Das ist die Pfeife. Blow-Off kommt hier unten raus. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Ja, und die Pfeife werden wir zusammen am Mittwoch verlosen. Fünf Stück an der Zahl gibt es zu gewinnen. Schaut da einfach auf Insta vorbei für das Gewinnspiel. Geht's los, und wir freuen uns. Viel Glück. Sehr, sehr. So, Gewinnspielbilder, check. Essen, check. Und wir haben noch eine Viertelstunde, bis der Stream angehen muss. Sportlich, sportlich. So ist das immer. Ich bin immer wieder sportlich unterwegs. Aber erstmal Burger-Time. So, und jetzt ist es auch schon Zeit für den Stream. Janiks Pfeife, meine Pfeife und Streaming-Set. Da bist du am Start. Übrigens, Cameraception. Das ist auch genau meine Kamera, mit der ich streame. Hier sieht Janik dann immer euch. Da ist der Twitch-Chat. Da ist der YouTube-Chat. Janik wird weiter die VZ rauchen. Ich werde weiter die Fibonacci rauchen von Union Hooker. Und ja, der Timer ist schon komplett, aber der Janik ist irgendwie nicht da. Sorry für die 2-3 Minuten Verspätung im Stream. Aber wir sind gleich da. Ich musste noch kurz Tränen nehmen. So Leute, wir sind jetzt am Streamen. Und der Stream ist auch gut am Eskalieren. Wir hoffen, dass der Janik heute noch die 10k Abos bekommt. Und ich sage mal so, der Chat ist auf jeden Fall anderswild am Start. Grüße gehen raus an jeden, der gerade hier am Start ist. So sieht das übrigens aus, wenn der Janik streamt Pfeife am Start. Das ist das Streaming-Programm. Da der YouTube-Chat, da nochmal noch der Twitch-Chat. Da haben wir vielleicht gerade mal wieder was anderes am Laufen. Ja, ich würde sagen, wir streamen jetzt noch bis 9. Hoffen, dass der Boy hier drüben noch die 10k kriegt. Weil dann kriegt er ein Köpfchen Tengius im KS-Abo mit Kamin. Ich sage mal so, die Leute, die das Video sehen, haben ja eventuell auch den Stream gesehen. Und hoffentlich gesehen, wie du den KS-Abo mit Tengius und Kamin rauchen musstest. Ja, wir streamen jetzt noch guten Stündchen. Dann heißt es auch schon wieder Tschüss. Kasse und Tschüss. Kasse. So Janik, es heißt Abschied nehmen. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Stream. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Aljoscha und Janiks Stream. Und Janik musste sich tatsächlich zur Feier der 10.000 Abos ein schönes Köpfchen Tengius im KS-Abo mit Kamin. Und er hat seit 2018 kein Kamin-Köpfchen mehr geraucht. Ja, schmeckt? Schmeckt, aber es ist relativ scharf und relativ schmeckt aus Nikotin. Ich dürfte gerade auch mal ziehen. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit scharf. Auf jeden Fall ganz, ganz wilder Kopf. Leute und Janik, adios Amigos. Nochmal, doppelt hält besser. Macht's gut. Schönen Stream noch. Ich begebe mich auf die Heimreise. Oder wisst ihr was? Ich mache jetzt im Stream den Teleport nach Hause. Krass, stimmt, aber das kannst du ja auch. Ja, ich kann mich raus teleportieren. Stimmt. Ist natürlich... Also, ich teleportiere mich jetzt kurz heim. So, und schon sind wir wieder im SWG-Headquarter. Leute, das war ein sehr nicer Tag, der jetzt zu Ende geht. Danke fürs Dabeisein. Ich gehe jetzt pennen. Ich bin noch gut 2 Stunden 15 oder so was heimgefahren. Jetzt ist Hayahu angesagt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne Daumen nach oben, Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG.